Willkommen bei den unerreichten, niemals kopierten, aber oft kopierenden Minecraft-Gimps, die heute nicht Minecraft spielen und auch nicht vollzählig anweisend sind. Nein, wir spielen, ja, wie heißt das Spiel? Ich bin Analphabet, ich kann das nicht lesen. Also, ich lass mich überraschen. Miertel-Urf-Ur-Nir-Warfighter. Tadada, Einzelspieler, mhm, okay. Passend das an den TV an. Sound-Machine Remote-Control ist hier. Returning the shit, äh, weniger laut. Und ich hoffe, verflucht nochmal, dass Rux den abgefuckten In-Game-Sound einfach mal mit aufnimmt. Wenn ich flippe, ich aus. Ja, schwer, ne? Genau. Let's go. Was stand da gerade? Rücksichtslos? Ach, egal. Eine Nation definiert sich nicht nur durch die Menschen, die sie hervorbringt, sondern auch durch die Menschen, die sie ehrt und derer sie gedenkt. Georg Schorsel. Preacher for eight weeks. Oh Gott. Oh Gott, die fünfeckige Mütze. Oh Gott, die fünfeckige Mütze. Durchgespielt. Voodoo, genau. Zack, Arschloch. Ganz einfach. Wir gehen rein, wir gehen wieder raus. Mordau. Keine Waffe, wollte ich gerade sagen. Ja. Wir haben hier keine Freunde. Lädig ihn. Zab, zab, zab. Ruck dir gut. Blut ist im Schuh. Du darfst die Wache nicht erschießen, sonst ist die Operation am Ende. Platz hier einfach den Sprengsatz. Ich sicher dich. Okay. Alla mala, aqua mala. Spiel gut. Sch. 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 Gefehrt. Breacher, die Wache ist bewaffnet. Leg den Karl um. All right. All right. Let's move to the other. I need to take a decal. But how? Where's Breacher? Bam, 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 bow! What the hell? What the hell? Geilo! Als Kloon! Na dann! Gib ihm! Wow! Oh! Dass ein LKW so alles anrichten kann! Ei! Ich hab ihn! Haha! Geil, oh Mann! Da ist noch einer! Zack! Hui! Richard, durch den Container! Yes, Sir! Lade doch nach! Lade doch nach! Go, go, go! Holt ihn aus! Holt ihn aus! Holt ihn aus! Wie?! Aha! Gute, hol den Heli aus! Gute, hol mein Tier! Geil aufs Cockpit! Wer ist der fucking... Ja, genau, ich hab nicht getroffen. Na, genau. 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 Bleib doch mal ruhig, Mann. Ach, ja, das war natürlich daneben. Oh, genau. Ja, halt die Klappe. Ja, genau, komm her. Komm näher. Alles explodiert. Spiel vorbei. Spiel vorbei. Ja, dann. Oh, komm. Ja, herzlich willkommen zu Wayne Gretzky's 3D-Hockey auf dem Nintendo 64. Ich weiß, wie das läuft. Du versprichst mich zu Ende. Mach Bella Hoffnung. Wir schmieden Pläne und dann kriegst du plötzlich einen Anruf und verschwindest. So ist es nicht. Lena? Verdammt. Spleena Gerke. Die war mal bei Germany's Next Hopflop. Eine Aufgabe von denen war, so viele Goldkrones wie möglich zu trinken. Nach drei war Schluss. Du konnierst beim Fahren? Ist Bella im Auto? Ich fahre nicht. Wer dann? Mein Dad. Nächste Frage. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Wie immer. Ich will nicht mehr kämpfen. Du lädst dafür. Welch Ironie? Er ist ein privater Fighter. Was ist bei eurer Operation passiert? Keine Ahnung. Es war eine ganz normale Sprengung. Dann regnet es plötzlich Container und wir liefern uns eine Schießerei mit einem verfluchten Helikopter. Und er war bestimmt nicht von der Küstenwache. Unmöglich. Wir empfangen SIGGIN-Signale von Manila bis Ostafrika. Ihr habt mit eurem Feuerwerk irgendwen wütend gemacht. Irgendeine Ahnung wen? Die Liste ist ziemlich lang, Bruder. Tun wir OGA einen Gefallen, bleiben am Hafen und arbeiten die Liste ab. Nein, das ist nicht Sache der Nevi, Dusty. Wir bräuchten eine Genehmigung von ganz oben. Die habe ich schon. Tja, war ja klar. Was sagen denn deine Quellen vor Ort? Wir hatten da jemanden, Codename Argyrus. In einer Zelle auf der arabischen Halbinsel. Ihr erhattet jemanden. Wir haben seit Monaten nichts von ihm gehört. Echt beunruhigend. Er könnte tot sein oder ausgeflippt. Er könnte überall sein. Natürlich die besten Voraussetzungen. Ich weiß nicht, wie wir in diesem Ort gekommen sind. Das ist nicht wichtig, aber wichtig ist, dass die Gefahr auf der Bühne sind, und sie haben von uns, um ein Teil von uns zu beurteilen. Wir müssen uns die Gefühle sein. Wir sehen uns, wir sehen uns. Die Freunde, die Sie mit ihnen sind, sind die Sätele, und Sie werden mit der Ausbildung in der Ausbildung und der Taktik-Alle. Und Sie können die Behandlung für die Ausbildung für die Gefahr-Alle-Alle-Alle-Alle. Jetzt ist der Zeit für Ihre Frau. Geh' dich an. Geh' dich an. Geh' dich an. Geh' dich an. Ich dachte, das lag Schaika! You don't say! Wenn soll ich... Ach, den da hinten soll ich abschießen! Er sagte doch! Er sagte doch! Warte denn, warte denn, warte denn... Ah! Das ist klar! Ach, R2! Ich sollte vielleicht mal lesen! Hallo! Wo ist mein Brü? Hier lalalalachmala! Hier ist die Tür! Wo ist die Tür? Warte! Geh weg, Bro! Oh! 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 Ich weiß aber, dass wir hier Leute umlegen können, hm? Gut, komm mal! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Wieso kannst du eigentlich nichts? Ist jetzt Albi bestimmt wieder... Aber ich kann doch nicht mal ne Waffe halten! Selbst wenn im Spiel automatisch passiert! Der alte Gimp, Bro! Du contexts heit! Und dann nehme ich natur aufzu! Other Gain. chilling! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ich komme nicht durch! Hau ab! Na 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 na! Go go go! na 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 »Nach Möglichkeit für die Sichvorabschboy« »Ich kann dernd in meine Situation, aber Mais gateway esaudat ist nicht usw.« »Juz erneut den Versuchen.« »Juz erneut den Versuchen.« Ja, echt. Ausschlägen, ja. Was? Erneut versuchen. Nichts erneut versuchen. Das bestätigt unsere Theorie mit den Sprengstofflieferungen. Ja. Wer hat das Zeug? Ah, eine scheiß Briefkastenfirma in Dubai. Ist ziemlich aktiv. Karachi, Philippinen. Das Handy, das ihr gefunden habt, ist eine große Hilfe. Okay, ich muss das fahren. Wie geht's dir? Das geht schon. Sobald es politisch wird, soll mir das Feuer einstellen und tanzen. Bin aber kein Tänzer. Okay. Also. Ab sofort leitet Voodoo Mako. Das wird ihn zwar nicht freuen, aber er steht bereit. Das hoffe ich. Wir kriegen gerade nasse Füße. Ach. Darfst du mir mehr sagen? Im Moment nicht. Wir bleiben in Verbindung, Mann. Hey, Stumpf. Wenn ich's nicht schaffe, gib das meiner Ex-Frau. Mehr kriegt sie nicht. Kann losgehen. Alles andere hat sie nämlich schon. Eine Minute. Eine Minute. Eine Minute. Das ist jetzt kein Crysis 3 auf dem Computer. Aber ist okay. Jump. Juhu. Wo? Break up? Oder what? Los, Dingo. Los, Dingo. Grünes Lichtmann. Sie greifen an. Dash, Dingo. Oder bitte. Irgendwie. Lass dich hoch! T次 Gäste B الكама. D trotzal. Jared dir Teuf. Meco 1, ihr seid jetzt bis beberfig ethet wish simplemente. Wau. Okay. TF Grizzly soll davon sorgen, dass niemand Algar macht. Was war willkommen bad. Daniel, Dingo? Wir schleichen den Flager und greifen an. Das ist genau in der Mitte von Pyrot Town. Verhalten die Strukturen im honoringen. Go, 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 baby, go! Up with you! Oh, the... what? Huh? Alright. It's probably nothing in 6 hours, right? Welcome to Banjo Kazooie! For the Nintendo Entertainment System. Okay. 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 Echt super, wenn ich nichts sehe! Okay. Okay. Ich bin da! So ein Daftarsch! Komm raus! Okay. 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 Schick! Wie er mich trotzdem trifft! Komm schon! Komm schon! Wie sie sich Zeit lassen, die Penner! Ich bin's, Schwierigkeitsgrad schwer Ich bin weak Tolle Trophäe! Ich bin's, Schwierigkeitsgrad! Ich bin's, Schwierigkeitsgrad! Ich bin's, Schwierigkeitsgrad! Hier! Ich bin's, Schwierigkeitsgrad! Unabhängig! Feinkartakt! Was haben wir noch an uns? Kunde, Kollege Team! Sobald du freie Sicht hast, markier das Ziel und überlass den Rest der Artillerie! Roger, Dingo! Na, markier! So! 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 Das muss nicht wahr sein. Ah. Ja. Wir kommen einmal aus der Deckung. Scheiße verfickt. Ja. Ja. Na genau, kommt doch immer woanders her So geil wie ich die ganze Zeit angeschossen werd Treff doch nur Extremer Realismus, was? Wo? Wo schießt der her? Ach da, du bist das Schießen eigentlich alle auf mich und keiner auf meine Kameraden, die ungedeckt hier rumstehen Ja, sag bloß Ich kontaktiere lieber mal die Ladies Was ist der Typ noch nicht tot hier? Ist der jetzt tot, oder? Boah, kriegst du echt einen zu viel Hau doch ab! Geil, in der ersten Mission scheitern, ey Ich bin doch alle hier, jetzt sind alle 12 Uhr! Ich bin doch noch nicht tot Ich bin doch noch nicht tot Die Typen, die hier die ganze Zeit stehen Dem passiert nichts! Die stehen da, ohne Deckung! Hier, Junge! Dein Kopf! Ich bin doch nicht tot Alter Schweder Alter Schweder Ich bin doch noch nicht tot Ja, das hab ich auch so gekonnt Du Knaller Scharfschützen 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 Ich mach es mich doch wieder Ich bin doch потому Na Nach oben, schnell Na An der Tür Ich finde es echt toll, dass die nicht gleich tot sind. Und jetzt bitte von Anfang. Ich bin ein Glück. Geil, der Takes One. Geil, das sieht schon aus wie Quake 2. Schon ziemlich geil auch. So, also ich sterbe bei drei Schüssen und die wohl auch dann. Okay. Gewimmte Boot. Da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. An der Tür. Kannst du losgehen? Yes, Sir. Ach, der Sound hinterher hängt. Geil. 1, 2, 3 und 4. Ja, nicht ganz. Ja, rums bumms. Das ist doch kein Scharfschitz. Das ist... Klassiker! Ha, 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 ha. Wow, zwei? You serious? Das ist wie DAK-schuld hier. Komm, 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 komm. Oh, leckete Mohn. Wir sind immer noch nicht tot. LMT. Achso. Ach. Weak. Ah, gut. Für die ersten beiden Kopfschützer. Kopfschützer hat's schon echt, äh, hat's schon echt gefetzt. We're going in. Hier landen. Du hast die Ruhe weg, gell? Du hast die Ruhe weg. Melko, hierher! 1, 6, hier, 1, 4, sind am Sammelfunkt Alpha. Bleiben auf Empfang. Erbitte Status. Over. Wer fünf Minuten da ist hier, over. Verstanden. Heißen uns in Position. Brudo, stop! Ich glaube, hier können wir durch. Geh doch da durch, durch die... Ach, nein. Das ist lang... Hey, hier runter, hier lang! Langsam. Kniest du, oder was ist los? Ja. Mach doch mal Licht! Schöter! 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 Okay, stop it, stop it, the bus might be just doing from school. Botmatch Die Wasser will hier hochkommen Goddammit Will ich mit dir ja Tänzchen wagen, oder was? Creeping Trieepeetig Ja Das sind meine Homies? Nee, gell? Oh doch, das sind meine Homies Ah gut, das ist ja nicht erschießen Rpg! 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 Teambeschuss? Hä? Den hab ich doch aber nicht abgeknallt. Kümmer dich lieber um deine Sexturen, Junge. Ja, ja. Ich hoffe, du weißt noch, wie er rauskommt. Ach, Weg! Guck mal! ZEIN-6, FIMA CHARLIE, FIGCIN BOTEN, OVER Behalten euch, Verdacht Das ist der Fischer Hey, ihr wollt uns jetzt auch hinter euch, ey KÖSCHT KÖSCHT RPG! Das kann doch nicht sein! Triff doch mal jemanden hier! Ich meine, guckst du dir bitte an! Sie schießen! Und 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 niemand trifft! Da! Was ist das? Ein automatisches Geschütz oder was? Schauen wir mal, wo das Mündungsfeuer herkommt! Schauen wir mal, wo das Mündungsfeuer herkommt! Ich hab noch mehr hier! Und vielleicht war ich auch einfach hier, supposed to go up there! Na? Genau! Hutidi! Malamala! Guamala! Ja! 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 Ja!